Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, Kampf in den Schattenland oder genauer gesagt hier um Ardius Gedankenspielchen. Bei dieser Weltquest müssen wir Ardius, den Peiniger hier besiegen und der befindet sich im Gebiet Revendreth bei etwa 61,41. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sind wie folgt das. Wir benötigen Ikki mit wilde Kralle, schwarze Klaue und Schar, Dunkelmondpanz mit Rakete, Verunsicherungstaktik und Ionenklone. Im Normalfall reichen diese zwei Pads. Eisene Sternchen habe ich als Alternative hier im Team. Zum einen können wir hier einfach mit dem Eisernen Sternchen zu Beginn eigentlich anfangen. Also das wäre einfach eine alternative Taktik mit Aufziehen. Dann müsst ihr nochmals die erste Attacke einsetzen. Also ich werde es dann auch gleich noch erklären warum und danach aufladen und aufziehen und danach sollte ein toxischer Rauch ausreichen, um den Gegner wegzuhauen. Aber eben für diesen Guide verwende ich jetzt diese Taktik hier. Das Spezielle an dem Gegner ist halt so, dass das Pad eine Attacke einsetzt, damit unsere Attacken selber verwendet werden. Somit, wenn man jetzt zum Beispiel hier die erste Attacke, die ist jetzt hier in diesem Fall schwarze Klaue einsetzt, der Gegner setzt hier Gedankenspielchen ein und unsere Attacken werden jetzt geändert. Die erste Attacke verringert unsere Gesundheit, die zweite betäubt uns und die dritte sperrt halt Fähigkeit 1 und 2 für 9 Runden. Wir setzen jetzt in diesem Falle, setzen wir das ein, wenn ihr jetzt mit der Eisernen Sternchen Taktik arbeiten würdet, würde ich hier diese, also diese 25% Gesundheit in Kauf nehmen. Aber jetzt für hier reicht es aus, wenn wir die Fähigkeiten 1 und 2 sperren lassen, die werden wir sowieso nicht mehr reinsetzen. Und danach lassen wir einfach die Schar durchlaufen, bis halt Ikki weggehauen wird. Man könnte eigentlich grundsätzlich auch an einer bestimmten Stelle gleich wechseln, also wenn die erste Schard-Durchgänge hier eigentlich durchgegangen sind, kann man danach auf den Dunkelmann-Panzer wechseln. Aber ja, es hat jetzt nicht einen allzu grossen Einfluss. Im Normalfall ist es so, dass Ikki genau so schön stirbt, damit halt danach Gedankenspielchen nicht noch einmal eingesetzt werden kann vom Gegner. Deshalb hier nochmals Schar durchlaufen lassen, wir werden jetzt hier dann gleich getötet. Und deshalb würde auch nicht unbedingt Dunkelmann-Panzer benötigt werden, man kann eigentlich auch ein anderes starkes Pad hier mitnehmen, also welche irgendwie eben für 270 oder 280 mechanische Attacken, dann haut der sowieso gegen Wildtier mehr Schaden raus. Also zum Beispiel der Zeppelin mit einer Rakete sollte ebenfalls den Job hier ohne Probleme erledigen können, aber jetzt den Panzer setzt einfach hier Ionen-Kanone ein und haut den Gegner weg. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Erfolg dabei und viel Spass. Bis bald! Bis bald! Bis bald!